Hey Leute, Marvin hier. Wenn ihr euch jetzt fragt, was soll denn das Video hier? Nun, ganz einfach, ich wollte einfach mal hier so ein bisschen einfangen, wie das Zimmer sein wird, in dem ich kürzer auch mal meine Videos aufnehmen werde. Ganz einfach, ich ziehe jetzt um und ja, noch ist hier alles ein bisschen leer, noch ist keine Tapete anwenden, hier ist noch ein bisschen Tapetenreste dran. Und hier habe ich ein schönes, sehr, 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 sehr schönes Tapetenreste. Ja, noch ein sehr tolles Begehrer. So, machen wir schnell wieder zu. Ja, ich werde hier wahrscheinlich dann so März, April ganz einziehen. Haltet man hier nicht so wunderbar, man sieht schon sehr weit, man sieht da hinten, Oh, das ist schon geflöscht. 20 Kilometer. Auch hier auch mal schöne Balkon. Ja, ich werde dann März, April wahrscheinlich umziehen. Mitte März wird in meiner alten Wohnung Internet abgestellt und dafür habe ich dann hier Internet, das ich momentan nicht habe, weil auch wenn da hinten, da sieht man eben da. Aber wenn ich da einen Sendemast habe, ich habe hier einfach kein bisschen Empfang. Das heißt, ich werde natürlich eh zu Hause dann, also im alten Zuhause hochladen müssen. Ja, was bedeutet das jetzt für euch? Ich habe natürlich jetzt gar keine Zeit noch, ganz spontan noch ein Video zu machen, beziehungsweise auf die letzte Sekunde irgendwas aufzunehmen. Deshalb produziere ich jetzt vor. Ja, ich komme! Ein Moment! Ja, wo ich den Boden stehen geblieben? Ich werde wahrscheinlich nicht immer Zeit haben, noch schnell was aufzunehmen. Deshalb produziere ich immer so zwei Monate eben voraus jetzt. Das ist nur jetzt so ein bisschen extrem, weil ich eben gesagt keine Zeit habe. Ihr seht hier, muss noch Bodenwissen gemacht werden, nicht viel überall noch Möbel. Das Zimmer hier, also das Zimmer hier, das ist jetzt das am fertigsten ist. Der Rest von draußen ist noch gar nicht so fertig, aber ja. Ich wollte jetzt wahrscheinlich so im Februar ein neues Mikrofon vorlegen, ein Kondensatormikrofon, das Du Yeti. Die werdet ihr wahrscheinlich aber erst im April im Genuss dieser neuen Tonqualität kommen. Oh, schau mal, wie weit ich da sehe. Oh, geil. Ja, ist eigentlich doch da hinten. Ich weiß selber nicht. Irgendwas hier im Raum, Zerbrücken. Ich bin hier gerade übrigens im Gersweiler. Nur so zur Info. Können wir mal auf der Karte gucken, wo das liegt, Zerbrücken, Gersweiler. Straßensal gibt es natürlich nicht. Also ich werde jetzt noch sehr viel vorproduzieren, das heißt, bessere Tonqualität gibt es in meinen Videos dann wahrscheinlich auch erst im April. Was in der nächsten alte 4-Show, die werde ich dann wahrscheinlich auch schon von hier aufnehmen. Und ja, ich glaube nicht, weil es so toll ist. Boah, geil. Ich finde, es hat übrigens so eine ganz andere Funktion. Können wir es hier oben noch so machen und dann kann ich es so drehen. Boah, das ist geil. So, das war es jetzt aber auch. Coach. So.